Wussten Sie schon, dass das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut und auch Herr Professor Christian Drosten im Jahr 2009 vor einer ganz schrecklichen Pandemie warnten, die so gefährlich sei, wie es noch nie eine Pandemie in Deutschland gewesen wäre? Sie empfahlen einen Impfstoff, der nicht seriös zugelassen wurde und der mehr Schaden angerichtet hat als Nutzen. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, dann wissen Sie das.